Liebe Studierende, willkommen zum nächsten Video zur Vorlesung allgemeines Verwaltungsrecht. In den letzten Videos haben wir bereits einige Bausteine angesehen, die auch bei der Prüfung der Zulässigkeit einer verwaltungsgerichtlichen Klage relevant werden. Nun können wir diese Punkte zu einer Prüfungscheckliste vervollständigen. Allerdings beschränken wir uns zunächst auf die beiden wichtigsten Klagearten, nämlich die Anfechtungs- und die Verpflichtungsklage. Ich vermeide mit Absicht den Begriff Aufbauschema. Die im Folgenden aufgelisteten Prüfungspunkte dürfen keinesfalls losgelöst von den Besonderheiten des Einzelfalls mechanisch, gar mit vorgestanzten und auswendig gelernten Formulierungen abgearbeitet, abgehakt werden. Denn damit würden sie einer zentralen Anforderung, Problematisches von weniger Problematischem zu unterscheiden, nicht gerecht. Vielmehr handelt es sich um eine bloße Checkliste, die Sie vorab im Kopf oder auf Konzeptpapier durchgehen. Bei dem, was man schließlich zu Papier bringt, muss man in der Darstellung klar differenzieren, ob es sich um einen Normalfall oder einen Problemfall handelt. Bei der Schwerpunktsetzung dürfen Sie zudem nicht allein auf den Zulässigkeitsteil blicken, sondern müssen nach dem Gewicht der Zulässigkeitsprüfung und dem der Begründetheitsprüfung abstimmen. Regelmäßig werden die Hauptprobleme bei der Begründetheit der Klage liegen. Ausnahmen sind natürlich möglich. Denken Sie auch daran, dass Sie nach den Überschriften auf Einleitungssätze, welche nur die jeweilige Überschrift gutachterlich reformulieren, konsequent verzichten können. Keiner möchte Überflüssiges lesen. Schauen wir nun die möglichen Prüfungspunkte der Reihe nach an. Die Zulässigkeitsprüfung beginnt mit der Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs nach § 40 VWGO. Schon aus dem Wortlaut ergeben sich drei Voraussetzungen, von denen wir eine bereits im ersten vorlesungsbegleitenden Video näher erarbeitet haben. Zunächst stellt sich die Frage, ob eine am Ende von Satz 1 erwähnte abdrängende Sonderzuweisung an eine andere Gerichtsbarkeit, etwa bei der Enteignungsentschädigung an die Zivilgerichte gemäß Artikel 14 Absatz 3 Satz 3 Grundgesetz, oder eine aufdrängende Sonderzuweisung an die Verwaltungsgerichtsbarkeit vorliegt. Auf diese Unterscheidung ist jedoch nur einzugehen, wenn eine solche konkret in Betracht kommt. Hierzu mehr in der Vorlesung. Ansonsten genügt im Sinne der Normalfallmethode der kurze Hinweis mangels Sonderzuweisung. Die wichtigste Tatbestandsvoraussetzung ist das Vorliegen einer öffentlich-rechtlichen Streitigkeit. Hier muss das öffentliche Recht abgegrenzt werden gegenüber dem Privatrecht. Insoweit verweise ich auf das frühere Video sowie auf die Vorlesungsunterlagen mit weiterführenden Hinweisen auf die Lehrbücher. Hier und nur hier ist auch bei einem Normalfall stets zumindest ein kompletter Begründungssatz erforderlich. Schließlich darf die Streitigkeit nicht verfassungsrechtlicher Art sein. Verfassungsrechtlich ist sie regelmäßig nur, wenn Staatsverfassungsorgane um Staatsverfassungsrecht streiten. Sogenannte doppelte Verfassungsunmittelbarkeit. Dass es auch um Grundrechte geht, genügt als solches noch nicht. Als weitere allgemeine, also unabhängig von der einstiegigen Klageart immer zu prüfende Sachentscheidungsvoraussetzung sind zweitens die Beteiligungsfähigkeit, § 61 Verwaltungsgerichtsordnung, und drittens die Prozessfähigkeit, § 62 VWGO zu nennen. Beides muss sowohl auf Kläger- als auch auf Beklagtenseite vorliegen. Im Normalfall. Wenn also ein Bürger gegen eine Gebietskörperschaft, Bund, Land oder Gemeinde klagt, ist dies gänzlich trivial. Der Bürger ist eine natürliche, die Gebietskörperschaft eine juristische Person. Einschlägig also jeweils § 61 Nr. 1 VWGO. Der Bürger ist nach bürgerlichem Recht im Sinne von § 62 Nr. 1 VWGO geschäftsfähig und die Gebietskörperschaft muss sich gemäß § 62 Absatz 3 durch die zuständige Behörde und diese wiederum durch ihren gesetzlichen Vertreter, typischerweise den Behördenleiter, vertreten lassen. Um wertvolle Zeit zu sparen, rate ich dazu, diesen Prüfungspunkt in einem solchen Normalfall zunächst ganz wegzulassen und allenfalls am Ende der Klausurzeit, wenn da noch Zeit übrig ist, mit bloßen Feststellungen samt Nennung der einschlägigen Vorschriften nachzutragen. So dann ist die richtige Klageart zu ermitteln. In diesem Ausbildungsstadium lassen wir den einstweiligen Rechtsschutz und einige andere Klagearten noch außer Betracht. Ihnen widmen wir uns dann später in den Vorlesungen zum Polizei- und Ordnungsrecht und zum öffentlichen Baurecht. Zunächst konzentrieren wir uns auf die Anfechtungsklage und die Verpflichtungsklage. Wie Sie schon wissen, sind beide in § 42 Absatz 1 VWGO geregelt. Und wie sich direkt aus dem Wortlaut ergibt, geht es bei beiden um einen Verwaltungsakt. Soweit im vorliegenden Fall problematisch, müssen Sie hier also die Merkmale aus § 35 Verwaltungsverfahrensgesetz prüfen. Gegebenenfalls können Sie sich das zugehörige frühere Video noch einmal ansehen und Einzelheiten anhand eines Lehrbuchs oder des Vorlesungsskripts rekapitulieren. Auch hier gilt, handelt es sich um gänzlich unproblematische einen Verwaltungsakt. So ist dies im Sinne der Normalfallmethode schlicht festzustellen. Auch die Abgrenzung zwischen Anfechtungs- und Verpflichtungsklage ergibt sich bereits aus dem Wortlaut des § 42 Absatz 1 VWGO. Abgestellt wird auf das Klageziel. Mit der Anfechtungsklage, erste Alternative, begehrt man die Aufhebung eines belastenden Verwaltungsakts, etwa einer Gewerbeuntersagung. Mit der Verpflichtungsklage, zweite Alternative, dagegen den Erlass eines begünstigenden Verwaltungsakts, etwa eine BAföG-Bewilligung. Im Umkehrschluss zu § 42 Absatz 1 VWGO sind die anderen Klagearten regelmäßig, mit einer noch zu behandelnden Ausnahme, nur einschlägig, wenn es nicht um einen Verwaltungsakt geht. Die allgemeine Feststellungsklage etwa zielt regelmäßig auf das Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses ab. Jedoch nur, wenn dieses nicht durch Verwaltungsakt geregelt ist. § 43 VWGO, dazu später mehr in der Vorlesung im Zusammenhang mit anderen Handlungsformen der Verwaltung. Nur bei der sogenannten Nichtigkeitsfeststellungsklage geht es noch einmal um einen Verwaltungsakt. Auch hierzu mehr in der Vorlesung. Schließlich gibt es noch die allgemeine Leistungsklage, die in der Verwaltungsgerichtsordnung zwar nicht ausdrücklich geregelt, aber in verschiedenen Vorschriften vorausgesetzt wird, etwa in § 43 Absatz 2 und in § 113 Absatz 4. Von der Verpflichtungsklage unterscheidet sie sich dadurch, dass die begehrte Leistung hier gerade nicht im Erlass eines Verwaltungsakts besteht, sondern gewöhnlich in einem Realhandel. Anhand der Grafik können Sie sich diese Punkte noch einmal verdeutlichen. Sie sehen, dass die Zuordnung im Wesentlichen anhand der Parameter Verwaltungsakt versus kein Verwaltungsakt sowie Aufhebung einer Belastung versus Gewährung einer Begünstigung möglich ist. Wie immer bedürfen dabei nur Fälle, in denen diese Abgrenzungen problematisch sind, einer ausführlicheren Erörterung im Gutachtenstil. Nachdem die Klageart bestimmt ist, schließt sich die Klage Befugnis gemäß § 42 Absatz 2 Verwaltungsgerichtsordnung an. Dem Gesetzeswortlaut nach handelt es sich um eine besondere Sachentscheidungsvoraussetzung nur für die Anfechtungs- und Verpflichtungsklage. Dennoch wird sie zur Vermeidung von Popularklagen auf die allgemeine Leistungsklage und sogar auf die allgemeine Feststellungsklage analog angewandt. Darauf kommen wir später noch einmal zurück. Wie Sie aus Vorlesung, Skript und einschlägigem Video schon wissen, geht es bei der Klagebefugnis um die Möglichkeit einer Rechtsverletzung und dabei wiederum um das Bestehen eines subjektiv öffentlichen Rechts. Bei der Anfechtungsklage des Adressaten eines belastenden Verwaltungsakts kann hier bekanntlich auf die Adressatentheorie zurückgegriffen werden. In anderen Fällen müssen Sie mit der universeller anwendbaren Schutznormtheorie arbeiten. Die Klagebefugnis und dabei speziell die Anwendung der Schutznormtheorie ist derjenige Prüfungspunkt der Zulässigkeit, wo am häufigsten Probleme auftreten, die eine ausführlichere Erörterung im Gutachtenstil erfordern. Eine weitere besondere Sachentscheidungsvoraussetzung ist das erfolglose Durchlaufen eines Widerspruchsverfahrens nach § 68 der Verwaltungsgerichtsordnung. An dessen Ende ergeht dann ein ablehnender Widerspruchsbescheid. Das Widerspruchsverfahren, auch Vorverfahren genannt, dient der Selbstkontrolle der Verwaltung. In bestimmten Konstellationen kann es insbesondere gemäß § 68 Absatz 1 Satz 2 VWGO entbehrlich sein. Nur wenn die Notwendigkeit eines Widerspruchsverfahrens problematisch erscheint, ist eine ausführlichere Prüfung nötig. Grundsätzlich kommt es für die Zulässigkeit der Klage nur darauf an, dass der Kläger den Widerspruch fristgerecht gemäß § 70 VWGO eingelegt hat. Nicht jedoch darauf, dass das Widerspruchsverfahren formell ordnungsgemäß durchgeführt würde. Denn dies liegt allein in der Sphäre der Verwaltung. Mit alledem und den damit zusammenhängenden Problemfällen werden wir uns auch natürlich in der Vorlesung eingehend beschäftigen. Als nächstes ist eine von der Widerspruchsfrist zu unterscheidende Klagefrist einzuhalten. Sie beträgt gemäß § 74 VWGO normalerweise einen Monat ab Zustellung des Widerspruchsbescheids bzw. wenn ein Widerspruchsverfahren ausnahmsweise entbehrlich ist des Ausgangsbescheids. Bei fehlender oder fehlerhafter Rechtsbehelfsbelehrung verlängert sich die Frist jedoch nach § 58 Absatz 2 VWGO auf ein Jahr. Eine Sonderregelung für den Fall, dass die Verwaltung im Widerspruchsverfahren oder sogar im Ausgangsverfahren zu lange untätig geblieben ist, lässt sich § 75 VWGO entnehmen. Wenn nicht solch ein Sonderfall vorliegt, die Vollständigkeit einer Rechtsbehelfsbelehrung problematisch ist oder ausnahmsweise Fristberechnungsprobleme auftreten, wird auch bei diesem Prüfungspunkt meist ein feststellender Satz mit Nennung der Norm genügen. Last but not least ist der richtige Klagegegner zu prüfen. In Hamburg mangels abweichender landesrechtlicher Regelung gemäß § 78 Absatz 1 Nr. 1 und nicht Nr. 2 VWGO. Damit ist der jeweilige Rechtsträger der handelnden Behörde gemeint. Das heißt, die Körperschaft, zu der die Behörde gehört, die ist richtiger Klagegegner. Bei Hamburger Behörden ist dies also die Freie und Hansestadt Hamburg bei Bundesbehörden der Bund. Probleme gibt es hier fast nie, sodass regelmäßig ein feststellender Satz genügt. Diesen Prüfungspunkt kann man übrigens statt in der Zulässigkeit auch zu Beginn der Begründetheit prüfen. Näheres dazu besprechen wir in der Vorlesung. Rekapitulieren Sie nun noch einmal die möglichen Prüfungspunkte. Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs, Beteiligungs- und Prozessfähigkeit, statthafte Klageart, Klagebefugnis, Vorverfahren, Klagefrist und Klagegegner. Verdeutlichen Sie sich dabei abschließend noch einmal, dass Sie dem Normalfall entsprechendes kurz feststellen und ausführliche Gutachtenformulierungen für Problemfälle reservieren sollten. Dies war's für dieses Mal. Ich freue mich, Sie in der Vorlesung zu sehen, wo wir wie immer einiges vertiefen werden.